Hallo, ein herzliches Grüß Gott nach Deutschland und ein freundliches Servus nach Österreich. Mein Name ist Martin Kobau, Geschäftsführer und Gründer der Firma Alpenkraft. Seit mittlerweile drei Jahren sind wir sehr erfolgreich in Deutschland und Österreich auf dem Markt und über 300.000 Familien duschen schon mit unserer Alpenkraft Dusche. Jetzt sitze ich hier voller Freude und voller Stolz, denn ich darf Ihnen hier unser brandneues Modell, die Alpenkraft Zugspitze, präsentieren. Diese Alpenkraft Zugspitze wird zu 100% in Deutschland hergestellt. Und wir sind auch die einzige Firma, die diese Dusche dieser Kategorie in Deutschland herstellt. Das werden Sie nirgends finden. Nur Alpenkraft stellt die Dusche hier in Deutschland her. Alle Materialien, die verwendet werden, erfüllen natürlich die strengen gesetzlichen Regelungen von Deutschland und auch von Österreich. Wir sind so überzeugt von diesem Produkt, dass wir Ihnen fünf Jahre Garantie auf die Alpenkraft Zugspitze gewähren. Zugspitze, warum eigentlich der Name Zugspitze? Ganz einfach, die Zugspitze ist der höchste Berg Deutschlands, ist natürlich in den Alpen und soll die herausragende Kooperation zwischen Österreich und Deutschland symbolisieren. Die Zugspitze steht nämlich genau an der Grenze zwischen Österreich und Deutschland. So, Zugspitze entwickelt von Alpenkraft stimmt nicht ganz. Wir haben nämlich 300 Kunden eingeladen, innerhalb der letzten zehn Monate mit uns diese Zugspitze zu entwickeln. Wir haben ganz viele Feedback-Schleifen gemacht, uns ganz viel Feedback eingeholt, ganz viele Vorschläge aufgenommen und haben so gemeinsam mit unseren Kunden diese Zugspitze kreiert. Da waren ganz viele Dinge dabei, die unsere Kunden natürlich lieben. Wieder höhere Druck, die Wasserersparnis und die Filterung. Aber dann hat es natürlich auch Vorschläge gegeben, wie bitte macht doch den Strahl breiter, macht doch die Reinigung einfacher, vielleicht gibt es andere Perlen. Alles das haben wir hier in dieser Zugspitze umgesetzt. Wir verwenden zum Beispiel jetzt Aktivkohle und Zeolitperlen. Zeolit gerade ist dafür bekannt, den Kalk noch einmal in seine chemischen Bestandteile aufzuspalten. Aber genug gequatscht, jetzt machen wir das Ding einmal auf und schauen wir mal, wie das ausschaut. So, Qualität von Hand kontrolliert ist natürlich kein Schmäh, sondern das ist wirklich Fakt. So, und wenn wir die Zugspitze öffnen, dann sehen wir gleich mal hier die Ersatzscherbe und die Anleitung. Ich zeige Ihnen später, für was wir das brauchen. Und dann klappen wir das hier auf. Und hier ist sie, die Zugspitze in ihrer vollen Pracht. So sieht sie aus, unsere neue Zugspitze, wirklich von Hand hergestellt in Deutschland. Was haben wir hier noch drinnen? Ein Säckchen. Und da ist auch was drinnen, das zeige ich Ihnen später. Und noch eine Anleitung. So, und jetzt legen wir das nochmal zur Seite. Und schauen wir uns einmal die Zugspitze ganz genau in Action an. Schweren Herzens, schraube ich hier unser Modell Alpenkraft einmal vor dem Schloch an. Und Sie sehen, wie schnell und einfach auch die Installation natürlich der Alpenkraft Zugspitze geht. Und jetzt schauen wir uns das einmal an. So. Und das ist es. Natürlich alle Vorteile wie hoher Druck, Filterung und mit diesem Jet-Mode sogar bis zu 50% Wasserersparnis bleibt bei der Zugspitze. Aber was ist neu? Ui, meine Frau wird wieder schimpfen. Wir haben hier eine innovative, gewölbte Scheibe. Diese Scheibe macht den Strahl natürlich wesentlich breiter. Die Reinigung zeige ich Ihnen später, weil es wirklich super, super leicht ist, jetzt die Alpenkraft zu reinigen. Ein Riesenvorteil ist natürlich, dass die Alpenkraft Zugspitze wieder komplett glasklar und transparent ist. So können Sie immer sehen, ob es wirklich hygienisch auch im Inneren sauber ist. Sie können die Zugspitze auch komplett zerlegen und von Grund auf reinigen. So, der Bärenwechsel war auch ein Thema unserer Kunden. Macht doch den Bärenwechsel einfacher. Wir haben hier einen innovativen Bajonettverschluss entwickelt, der es ganz, ganz einfach macht, die Dusche auseinander zu bauen. Und dann auch die Bären ganz leicht zu wechseln. Alles das sehen Sie in unseren Erklärungs- und Anleitungsvideos. Einfach wieder zusammenstecken und die Dusche ist wieder voll funktionsfähig. So, und jetzt zeige ich Ihnen auch, was wir hier entwickelt haben. Hier drin haben wir unser sogenanntes 4 in 1 Schälchen. Warum 4 in 1 Schälchen? Das zeige ich Ihnen jetzt. Zum einen haben wir die Möglichkeit hier mit diesen Schälchen die Wartung und Reinigung ganz, ganz leicht durchzuführen. In diesem Logo, dieses Logo soll eine Höhe markieren. Und zwar, Sie können einen Reiniger, einen ganz normalen Entkalker, Essigreiniger, Essigwasser oder was auch immer, reinfüllen. Und stecken das dann einfach auf die Dusche auf. Der Reiniger verteilt sich dann im Inneren und am nächsten Morgen nehmen Sie das wieder ab. Und die Dusche ist blitzeblank. Das wäre der erste Teil dieser 4 in 1 Schale. Der zweite Teil ist, durch den Grip, durch diesen Kautschuk, diese Edelstahlringe sind natürlich teilweise sehr schwer mit der bloßen Hand abzuschrauben. Durch diesen Grip ist es sehr, sehr leicht, auch für kleinere und schwächere Personen, diesen Ring abzubekommen und die Scheibe gegen die Ersatzscheibe zu tauschen. Das macht man vielleicht einmal im Jahr, wenn wirklich die Scheibe total verstopft ist. Dann kann man das wieder aufschrauben und die Zuchtschlitte ist natürlich wieder völlig dicht. Die dritte Variante, wie Sie diese Seifenschielchen verwenden können, ist natürlich als Seifenschielchen. Meine Frau verwendet das ganz gern durch dieses Logo, trocknet die Seife von unten. Und das vierte ist diese Säckchen. Diese Säckchen können Sie als sogenannte Seifensäckchen verwenden, indem Sie die Seife oder das Trockendurchgehen einfach in diese Säckchen geben und dann Ihren Körper damit waschen, abscrubben, aufhängen und die Seife abtrocknen lassen. So, ich hoffe, ich habe nicht genug gequatscht. Ich freue mich sehr, mit dieser Zugspitze jetzt auf dem Markt zu sein. Ihnen wünsche ich noch alles, alles Liebe. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, den Kontakt finden Sie auf dieser Seite ganz oben oder ganz unten. Wir sind per Telefon und per E-Mail natürlich jederzeit für Sie erreichbar. Ich wünsche Ihnen alles Liebe, Ihr Martin Kober.